So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bioshock. Ich wundere, dass ich jetzt woanders stehe. Ähm, mir ist Fehler unterlaufen. Ich habe außerdem auf Laden gedrückt. Ich war hier so im Pausenmodus, habe kurz die Aufnahme gesichert und habe auf Laden statt weiter gedrückt. Das war ein Fehler. Ich speichere hier auch gleich mal, dass mir das nicht normal passiert. Ähm, ja. Oh, ich hätte da getrückt. Dann kriegen wir jetzt Eis. Okay. So, Kamera erstmal hier. Ijajaho. Was bist du? Versteh dich für schlecht. Du bist eingefroren. So, ich kaufe mir erstmal nichts. Nur hacken. Okay, dann hacken wir dich mal. So, bitteschön. Willkommen im Zirkus der Welt. Komm wieder, wenn du Geld hast, komm. Ich habe 112 Dollar, du Idiot. Ich habe Geld. Willkommen im Zirkus der Welt. Dann komm runter, du geiles Schmittchen. Den können wir uns nicht behalten. Ich stehe ganz da. Ich bin froh. Ich glaube nicht. Was können wir denn so schönes bauen? Ich bin froh. Ja. Super! Super! Bates? Tu so, als ob's dich nicht interessiert. Darauf stehen sie. Was zur Hölle? Okay, mein Freund, da ist nichts. Hier ist nichts. Gut, was geht's her? Gummi. Ahm. Toll. Exakt. Au, au, au! Au! Drafting me here! Ah! Exakt. Opsala. So, dann gehen wir mal wieder hier raus. Alter, das mit dem Plasmide wechseln ist so nervig, ne? Alter! Horror-Sounds, ey! Oh! Nur so aus Sicherheit. So, jetzt gibt mir endlich meine verdammten Plasmide zu... Ach man, das gibt's doch echt nicht. Ach man, das gibt's doch echt nicht. Ja! Und ich muss noch mal ganz. Ja! Geht ihr euch schon mal! Schmerz! Ich bin leer, das ist hier. Ich bin leer, ich bin mal. So, dann kann man auch mal nachladen. So, dann kann man auch mal nachladen. So, dann kann man auch nachladen. Oh ja. 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 Alter, Leute, beruhigt euch mal. Meine Fresse. Du Scheiße. Ach, ein Save. Den hacken wir mal. Natürlich mit Auto-Hack, weil ich keine Lust habe, Saves mit Auto-Hack zu hacken. Was quietscht denn hier so? Das ist ja... Ich kann mal wissen, ich verarsche. Mädchen. Was soll denn der Mist? Alter. Das hört sich an wie irgendwas sehr Böses. Äh, Riesenbaby. Riesenbaby. Ach du Scheiße, wenn es ein Riesenbaby wäre. Alter, hör auf zu schreien, Mann. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Alter. Lauf damit. Ja. So. Wögel ist immer noch da. Und ein paar Würfel sind immer noch da. I'm a big daddy, I don't see if he isn't next thing. I'm a big daddy. I'm a big daddy. Er ist nicht, er ist nicht, er ist nicht. Wir wachsen hier im Garten, da darf man was erwarten. Stimmt, und das hab ich auch nicht aufgesammelt. Alter, Millhouse, halt die Schnauze! Waa, 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 waa. Alle gehen einfach an ihr vorbei, als ob sie gar nicht da wäre. Aber ich habe überall die sehr hingesprühte Parole gesehen. Aber das lebt. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber irgendetwas sagt mir, dass es den Leuten wichtig ist. Oh ja, wir schauen mal, was können wir uns leisten. Ein Winter Blaster 3. Insektenschwamm 3. Insektenschwamm 3. Ach którym die Nacht. Machinen-Buster. Machinenbooster 2. Hey, kostet denn mal eins? Empcohacker 2. Mach mal. Da drauf, da. Wir nehmen mal den Insektenschrank, den benutze ich öfters. Die Winterblaster, wir haben noch so ein Blatt, und dann ist es auch gut, ich nochmal hier hin, so, hier können wir Oh, boy. Alter, schrei nicht so rum. Oh nie, ey. Bitteschön, einmal die Insekten zu dir ab. Oh nie, ey! Oleg. Hey, des amat, des amat! Es geht um, der wir uns nicht mehr! Die Aktivität! Bitte, wasser! Okay, da haben wir 38, um erstmal die Panzerbrechenden, dann erstmal hier, schon, 48, nehmen wir die, da haben wir auch nachgeladen, da nehmen wir mal das ironische Gel, upsala, hier können wir auch nochmal nachladen, zack, zack, und weitergehen, aber erst in der nächsten Folge, wir sehen uns, bis dahin, tschüss.